Obwohl es Kadokawa wahrscheinlich gar nicht gefallen wird, habe ich ein paar geleakte Screenshots für euch, die wir jetzt betrachten werden. Gesendet hat mir dazu den Link Diabal 8. Wenn ihr euch darüber freut, dass ich da jetzt das Video mache, dann lasst bitte einen Daumen bei diesem Video hier, was ihr gerade seht. Und natürlich auch bei ihm. Das ist ganz wichtig, weil ohne ihn hätte ich jetzt wahrscheinlich den Link nicht. Und schreibt auch mal schön Danke hier als Antwort rein. Würde mich sehr freuen und Diabal 8 wahrscheinlich auch. Gut, kommen wir zu den Screenshots. Aber stopp, bevor ich damit anfange. Ihr habt in der Videobeschreibung einen Link, der euch zu den Screenshots schickt. Und ich habe in der Videobeschreibung dann auch Kapitel drin, die ihr auch in der Timeline vom Video sehen werdet. Damit ihr vielleicht bestimmte Aspekte oder bestimmte Abschnitte von dem Video schneller findet. Und bestimmte Abschnitte dann einfach überspringen könnt, die euch weniger interessieren. Fangen wir an. Wir fangen an mit Screenshot 1. Dort ist eigentlich nur das About-ABG-Maker-Set-Fenster zu sehen. Version 0.9. Nicht wirklich interessant. Sieht genau gleich aus, das Fenster und spielt auch für uns eigentlich gar keine Rolle. Hier ist es dann Version 1.6 und halt der MV. Wie gesagt, spielt keine Rolle für uns persönlich. Gut, hier haben wir dann im zweiten Screenshot haben wir die Events. Das ist eigentlich ziemlich cool an sich, dass wir hier eine Event-Liste haben. Habe ich aber bereits im letzten Video gut besprochen mit euch, wozu das gut ist etc. Ja, brauchen wir jetzt nicht weiter bereden. Und ich glaube, es ist eigentlich auch ziemlich selbsterklärend, was man dort sieht. Man hat halt hier die Liste aller Events, die auf der Map platziert sind. Gerade bei größeren Maps wie Städten etc., wo dann 40 Events platziert sind. Oder wenn man die Gegner als Encounter auf der Map platziert, dann hat man ja auch vielleicht seine 30, 40 Events auf einer größeren Map. Und kann dann auf jeden Fall darüber dann diese ganzen Gegner dann auch wieder bearbeiten, wenn man das möchte. Also schnell finden und bearbeiten. Gut, kommen wir zum nächsten. Das ist dann wieder interessant. Das ist, beziehungsweise das ist der erste Screenshot, der wirklich interessant für uns ist. Der Layer-Bereich und wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier oben einen Menüpunkt Layer. Leider keine Buttons hier. Aber vielleicht unter Umständen kann man die Buttons vielleicht doch irgendwie einblenden oder sie werden nachgepatcht. Wäre schade drum, wenn es diese Buttons nicht gibt. Beim RPG Maker XP gibt es diese Buttons hier. Aber da würde es auch anders wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil es keinen Automatikmodus gibt. Aber es gibt halt auch diesen Menüpunkt hier. Ist halt ein bisschen lästig alles. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Baum platzieren möchte, im zweiten Layer, muss ich hier drauf gehen. Zweiter Layer. Zack. Wenn ich jetzt das Wasser machen möchte im ersten Layer, muss ich wieder so. Und immer durch dieses Menü hier, um wieder neue Dinge zu platzieren. Und das ist halt doch ein bisschen umständlich. Und dazu sind dann hier die Buttons da beim RPG Maker XP. Das ist wesentlich sinnvoller. Keine Ahnung, warum es die beim MZ nicht gibt. Aber wahrscheinlich, um die Leute nicht zu verwirren, die den Automatikmodus only benutzen wollen. Also nur den Automatikmodus und nicht die Ebenen benutzen möchten. Vielleicht sind diese dann etwas verwirrt. Aber vielleicht kann man das auch irgendwie hier über irgendwelche Optionen oder so noch die Buttons nachträglich einfügen. Aber ich würde nicht damit rechnen. So. Wozu ist das Ganze aber da? Wir haben ja den Automatikmodus. Und vier Layer. Im RPG Maker XP sind es nur drei Layer. Spielt aber für uns keine Rolle. Erstmal, was sind diese vier Layer überhaupt? Das erkläre ich jetzt kurz. Und das ist gar nicht so kompliziert. Wir gehen jetzt zu den RPG Maker. So wie ich jetzt im MV. Und haben jetzt hier im Reiter A die Böden, Wände und irgendwelche Bodentexturen wie Risse beispielsweise. Oder Gras. Und das ist im Grunde alles in der zweiten oder in der ersten Ebene. Das funktioniert wie folgt. Und wir haben hier die Bodentexturen, beispielsweise hier die Wüste oder das Gras. Ganz simpel zu verstehen, denke ich mal. Und haben dann noch zusätzliche Bodentexturen für die zweite Ebene, für den zweiten Layer. In dem Fall beispielsweise das Gras. Oder zum Beispiel die Risse. Oder hier das etc. pp. Also wir haben hier wirklich einiges, was wir dann in die oberen Ebenen packen können. Oder hier Sumpf, glaube ich, soll das sein. Das ist, glaube ich, dann auch im zweiten Layer. Macht ja sonst keinen Sinn. Gut. Dass ihr das mal gesehen habt. Das ist also quasi das, was im ersten und in den zweiten Layer drin ist. Wir können mit dem zweiten Layer, also in dem Fall den Rissen oder dem Gras, können wir den ersten Layer überdecken. Was dann in dem Fall der Boden ist. Gut. Wenn ich jetzt in den B-Reiter zum Beispiel gehe oder C wird das genauso sein. Das wird sich nicht ändern. Also wenn ich in den B-Reiter gehe und jetzt ein Objekt platziere, wie beispielsweise jetzt, keine Ahnung, diese Blume. Die möchte ich jetzt hier platzieren. Und dann kann ich, obwohl die Blume sieht man vielleicht nicht so gut, nehmen wir mal doch lieber den Baumstamm. Okay, das war jetzt die vierte Ebene natürlich, blöderweise, weil ich das nicht auswählen kann. Und der das natürlich automatisch auswählt, habt ihr wieder gleich mal einen Nachteil gesehen. Gut. Jetzt haben wir hier den Baum platziert, diesen holen. Und jetzt möchte ich einfach einen normalen Baum drüber platzieren. Und zack, bumm, es geht. Er wählt automatisch dann die vierte Ebene aus für diese Ecke des Baums. Fertig. Okay. Gut, funktioniert alles. Und er wählt, wie gesagt, immer automatisch den Layer aus, der quasi noch frei ist. Und das Ganze hat natürlich auch seine Nachteile und Tücken, wie ihr gerade gesehen habt. Wenn ich hier zum Beispiel eine Blume platziere und mir denke, oh nee, jetzt will ich da gar keine Blume haben oder eine andere Blume, zum Beispiel die hier. Dann platziert er die einfach oben drauf in den vierten Layer statt in den dritten Layer. Und das ist halt, ja, ein bisschen ärgerlich. Dazu sind dann, wie gesagt, die Layer zum Beispiel da, dass man das ein bisschen sinnvoller optimieren kann. Alles auch ein bisschen sinnvoller bearbeiten kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Baumstamm da verändern möchte, das ist halt alles ein bisschen komisch und funktioniert halt teilweise nicht so richtig oder nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und darum kann man die einzelnen Layer bearbeiten. Gut, ich kann das nochmal an anderen Beispielen demonstrieren. Zum Beispiel, genau, wenn ich jetzt hier jetzt ein Stück Schnee machen möchte oder Schnee machen möchte, warum auch immer, aber ich möchte das jetzt machen, dann schmeiße ich alles einfach weg. Alles ist weg und wir haben dann einfach mal ein Problem. Wir müssen alles nochmal neu mappen an der Stelle und das ist beim XP halt einfach mal nicht der Fall. Ich kann wirklich jeden Layer einzeln bearbeiten. Ich kann einfach sagen, was halt im MV jetzt nicht geht, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Fluss platzieren möchte, einfach so, zack, bumm, alles kaputt. Und das kostet Arbeitszeit am Ende, weil ich muss am Ende, muss ich plötzlich den Baum wieder neu platzieren, etc. pp. Und alles muss ich neu machen, was ich an der Stelle gehabt habe. Und das ist beim XP halt nicht der Fall. Über die Layer kann ich dann jetzt einfach in die erste Ebene einen Fluss platzieren und der Baum bleibt so erhalten, wie ich ihn habe. Und ich kann den Fluss auch einfach wieder wegmachen, wenn er mir dann doch nicht gefällt oder halt einfach verändern. Und das on the fly, ohne irgendwelche Probleme. Das sind quasi die Layer und beim MV werden diese automatisch ausgewählt. Stört vom Prinzip her nicht wirklich, das ist automatisch. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich praktisch. Man kann relativ schnell mappen, aber wenn man was nachbearbeiten will, was nachbessern möchte, dann hat man ein Problem. Muss man vielleicht besagte Stellen halt einfach nochmal neu mappen. Wie gesagt, wenn ich jetzt mal ein paar Bäume platziere, so, ups, so, wenn ich jetzt mal Bäume platziere und ich möchte jetzt einfach ein bisschen Gras drunter haben, dann schmeißt er mir die Bäume einfach komplett weg. Okay, gut, habt ihr das auch gesehen, was ich meine? Und das ist ein kleiner Nachteil im MV im Vergleich zum XP. Und dieser wird dann durch die Layer ausgemerzt. Ich kann dann von Hand auswählen, zack, jetzt möchte ich in den zweiten Layer gehen und dort möchte ich das Gras platzieren. Ich möchte das Gras nicht, ich möchte nicht alle anderen Layer wieder löschen, sondern wirklich nur in den zweiten Layer gehen und dort Gras platzieren unter dem Baum. Gut, der sich dann dementsprechend im dritten und oder im vierten Layer befindet. So, sollte soweit klar sein, wenn noch Fragen sind, einfach ab in die Kommentare und dann ist das auch in Ordnung. Wie man sieht, kann man in jedem Layer einfach beliebig auch alles platzieren, wie man das möchte. Ob das dann am Ende Sinn hat, ist eine andere Geschichte. Hier ist es natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, bewusst, damit man es ein bisschen besser sehen kann. So, dann kommen wir zu den Plugins und da hat sich eigentlich wirklich nichts getan. Nicht, dass ich wüsste, es sieht eigentlich genau gleich aus, das Fenster, das Plugin-Fenster, sieht genau gleich aus. Hat sich jetzt eigentlich nichts geändert, soweit ich jetzt sehen kann. Aber, naja, doch, der Autor steht jetzt rechts neben on, aber wirklich sinnvolle Änderungen, ja, nicht wirklich, würde ich jetzt sagen, dass sich da jetzt nicht wirklich viel geändert hat. Spielt für uns jetzt persönlich keine Rolle. Hier, ähm, ja. Aber, ich weiß jetzt nicht, wozu diese Zeile dann im MZ ist, hier die über unten. Habe ich jetzt keine Ahnung tatsächlich, wenn der Autor jetzt rechts steht, kann ich jetzt tatsächlich nichts damit anfangen. Sieht man ja leider auch hier auf dem Screenshot nicht ganz, wofür das dann am Ende da ist. Ähm, ja, macht aber jetzt für uns, spielt das jetzt keine Rolle, denke ich mal, an der Stelle. Macht keinen Unterschied so wirklich für Plugin-User, aber wir kommen jetzt zu einer anderen interessanten Sache, äh, für Plugins und das wäre das Plugin-Command und das hat sich völlig geändert. Wir können mal kurz den RPG-Maker MV öffnen, mal kurz alles nebeneinander legen. Das Plugin-Command-Fenster sah im MV nämlich noch so aus und wie man sieht, da hat sich wirklich einiges getan. Es ist einfach ein völlig anderes Fenster. Es ist, hier ist nur eine einfache Zeile, mit, wo man, wo man das Plugin, wo man den Plugin-Befehl von Hand einträgt. Und hier hat man tatsächlich ein, ein sinnvolles Fenster für, ähm, quasi Plugin-User. Und man muss sich nicht die Befehle merken, sondern kann, kann man eigentlich die, ah ne, man kann auch die Befehle über F1 abfragen. Okay, gut. Man muss sie nicht unbedingt merken. Man kann jetzt auch zum Beispiel hier, ähm, über F1 dann, zack, und das reinkopieren. Gut, geht auch, aber spielt jetzt für uns keine Rolle. Wichtig ist jetzt eher mehr das MZ-Fenster und nicht das MV-Fenster. Und hier kann man wirklich eingeben, welches Plugin wir verwenden wollen für den Plugin-Befehl, ähm, welchen, äh, Plugin-Command wir brauchen. Und kann dann hier die Argumente, ähm, mit den Werten übergeben. Ähm, zum Beispiel ist das jetzt hier ein Button-Picture, ähm, Plugin. Ich denke mal, das wird von Anfang an drin sein, wo man dann, ähm, jedes, jedes Picture zum Button machen kann, äh, zum klickbaren Button und ein bestimmtes Common-Event damit auslösen kann. Und hier gibt man ein, welche Picture-Nummer klickbar sein soll. Und hier gibt man ein, welches Common-Event dann ausgelöst werden soll. Also mit Common-Events sind, ups, sind die gewöhnlichen Ereignisse gemeint hier aus der Database. Ich denke mal, wie gesagt, das Button-Picture-Plugin wird wahrscheinlich mitgeliefert mit dem MZ, könnte ich mir vorstellen. Und das ist schon ziemlich praktisch, gerade für Maus- oder Touch-Control kann man damit dann simpel irgendwelche Buttons auf dem Bildschirm platzieren, ohne jetzt irgendwelche zusätzlichen Plugins noch runterzuladen, wenn es denn beiliegt beim MZ. Aber ich denke mal schon, dass es beiliegen wird. Gut, dann haben wir noch, wir müssen jetzt ein bisschen runterscrollen. So, das gehört auch noch zu den Plugins, haben wir das Ganze hier. Es werden keine MV-Plugins unterstützt, die sind nicht kompatibel, war aber zu erwarten natürlich, weil der Code komplett überarbeitet sein wird vom MZ. Also was heißt komplett? Ihr wisst, was ich meine. Er ist halt nicht mehr kompatibel. So, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Es soll auf jeden Fall eine bessere Performance bringen. Der neue Code. Und sicherlich werden die Schnittstellen auch endlich mal ein bisschen sinnvoller sein, als im MV, hoffe ich zumindest. Und wir werden sehen, was das Ganze bringt. Dann wurde bei den Plugins, interessiert wahrscheinlich so gut wie niemanden, wurde auf Pixie.js Version 5 gewechselt von Version 4. Wir sind jetzt beim RPG Maker bei Version 5.2.4. Und beim V sind wir, so, da sind wir bei Version 4.5.4. Und da hat sich dann doch noch einiges getan, was Pixie.js angeht. Darauf gehe ich natürlich aber jetzt nicht ein, zwischen die Versionsunterschiede zwischen 4.5. Ihr könnt euch das Ganze auch hier bei Pixie.js.com angucken. Habt hier auch sehr viele Examples, Beispiele, Documentation habt ihr. Dann könnt ihr euch auch die ganze Documentation durchlesen von Pixie.js.5. Aber ich denke mal, das interessiert wirklich nur die Plugins-Schreiber und nicht euch. Das ist auf jeden Fall die Grafik-Engine, die dahinter steckt. Hinter dem RPG Maker MV und dementsprechend auch hinter dem RPG Maker MZ. Diesmal Version 5 und nicht Version 4. Ja, wird vielleicht auch Performance Boost bringen. Auf jeden Fall neue Funktionen, das kann ich euch versprechen. Aber wie gesagt, wird eigentlich nur Plugins-Schreiber interessieren. Diese Effekte werden nicht standardmäßig im RPG Maker drin sein. War bei Pixie.js Version 4 ja auch nicht wirklich der Fall. Also da hat sich nicht wirklich viel getan. Gut, das war es eigentlich soweit zu Plugins. Ansonsten hat sich da eigentlich nicht wirklich viel getan. Zumindest nicht, dass man sehen könnte jetzt auf die Schnelle. Ich glaube mal, das Plug-in-Command-Fenster, das neue, wird denke ich mal wirklich den meisten gefallen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Hat sich wirklich was verbessert. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut. Tatsächlich. Hier kommen wir nochmal zur Database ein bisschen. Fangen wir damit jetzt mal an. Die Database ist, ja gut. Gut, man kennt es ja, die Actors hier, die Spielfiguren, kennt man ja, hat sich nicht wirklich viel getan. Aber man sieht auf jeden Fall die neuen Helden. Riot oder wie das auch immer heißt, das Lebewesen hier, unser Held. Man sieht auf jeden Fall, dass sich die Face-Sets stark verändert haben. Die sehen, finde ich persönlich, deutlich besser aus. Also jetzt hier in meinem Set. Ich finde, die Face-Sets sehen wirklich besser aus, weil er auch einfach mal in die Kamera guckt und nicht sonst da wo in die Weltgeschichte herum. Das finde ich sehr gut. Gefällt mir. Aber ansonsten hat sich an dem Stil nicht wirklich was getan. Wie ihr hier sehen könnt, es ist eigentlich im Grunde der gleiche Grafikstil. Es ist vielleicht ein bisschen noch optimiert, dass es ein bisschen, aber wirklich nur ein kleines bisschen besser aussieht. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen wird das hier keinem gefallen, dem das hier nicht gefallen wird. Und umgekehrt, es hat sich auf gut Deutsch nichts getan. Gut, das sind auf jeden Fall die Helden, die es dann teilweise gibt. Die Standardhelden, aber naja, die werden sowieso gewechselt. Dann haben wir die Icons. Die Icons, mache ich die Database zu, ich plöppo. Die Icons sind exakt dieselben. Das ist wirklich exakt dasselbe Fenster. Ihr seht auch am Scrollbalken, dass er die gleiche Länge hat. Also, es gibt keine zusätzlichen Icons, die es hier nicht gibt. Die sehen einfach nur anders aus. Sind aber exakt die gleichen Icons im Grunde. Ihr habt hier Gift, Gift, etc. pp. Dann hier die ganzen Pfeile nach oben, die roten. Und die Pfeile nach unten, die blauen. Es ist alles exakt dasselbe. Die Waffen sind dieselben. Sie sehen halt nur ein bisschen anders aus. Ich finde, teilweise sehen die hier schicker aus. Und teilweise finde ich die hier schicker. Ja, ist Geschmackssache, denke ich, am Ende. Ja, wie gesagt, teilweise manche Sachen finde ich auf der rechten Seite jetzt hier im MV schöner. Und manche im MV Z. Man kann auch theoretisch kombinieren. Und das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Gut, haben wir das auch geklärt. War nichts Besonderes, denke ich mal. Dann haben wir hier ein neues Attribut. Bei Waffen? War das bei Waffen? Genau. Bei Waffen, bei Angriff, haben wir jetzt hier nochmal Attack Skill. Beispiel, den man dann ändern kann. Ja, wer es braucht. Also, kann man jetzt drüber streiten, ob man das jetzt unbedingt braucht. Ich würde sagen, ja, wir nehmen mit, was mitzunehmen ist. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht brauchen. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich mich hier mit dem Kampfsystem nicht wirklich auseinandersetze. Und ich im MV auch ein Action-Kampfsystem machen möchte. Eigentlich in der Theorie. Ob ich das dann auch in der Praxis mache, sei dahingestellt. Aber geplant ist es für mich auf jeden Fall. Dementsprechend habe ich mich damit jetzt nicht auseinandergesetzt. Weder im MV noch im MV Z. Werde ich mich damit wahrscheinlich groß befassen. Maximal für Tutorials dann für euch. So. Den Animationsbildschirm, beziehungsweise Animationseditor. Damit beschäftigen wir uns gleich. Aber wir gehen erstmal weiter zu dem System. Genau. Ah, da habe ich schon wieder die Database zugemacht. Mann. Zu dem System. Einstellungen. Wie man sieht, hat sich da ein bisschen was getan. Wir haben auch System 1 und 2, wie ich bereits hier in dem Video gesagt hatte. Haben wir jetzt System 1 und 2. Und wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, das Kampfsystem auszuwählen. Und das hatten wir hier auch. Seitenansichtskampf, also Side View oder Front View Battle. Hatten wir hier ein Häkchen. Hier kann man jetzt wieder aussuchen, ob Front View oder Side View. Aber wir können auch das Ganze dann Turn-Based machen, also Rundenbasiert. Oder Time Progressive Active oder Time Progress Wait. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist quasi das Active Time Battle System, wie man es aus älteren Final Fantasy Teilen kennt. Und einmal als Active Variante, wo es aktiv weiterläuft. Und man, während man hier ein Skill oder ein Item rauskramt, die Gegner dann einfach weiter angreifen. Oder es wartet. Und sobald die Leiste hier voll ist und ich jetzt hier ein Item rauskramme aus dem Beutel, gehen auch die Leisten von den Charakteren und von den Gegnern einfach nicht weiter nach oben. Denke ich mal, so wird es sein, wie man es halt aus Final Fantasy oder Chrono Trigger etc. kennt. Gut. Dann... Genau, haben wir hier unten noch. Das wird hier unten auch nochmal gezeigt. Und hier unten auch nochmal Show the Number of Key Items. Haben wir hier auch nichts. Ist eine neue Option. Gibt es hier nicht. Die anderen Optionen hier oben gibt es alle. Und Enable Autosave. Also wir haben automatisch gleich ein Autosave drinne im RPG Maker MZ. Wir brauchen kein Plugin dafür. Und das ist wirklich ziemlich praktisch. Ich denke mal, bei Map Wechsel etc. wird das dann, denke ich mal, automatisch speichern. Wäre zumindest praktisch. Und... Ja, würde mir gefallen. Autosave. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann der dann getriggert wird in-game. Aber wie gesagt, ich denke mal, beim Map Wechsel, alles andere macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Kann man aber auch deaktivieren. Und dann ist das in seinem... also in eurem Spiel einfach nicht drinne. Gut. Haben wir das auch geklärt. Das dürfte im Großen und Ganzen alles gewesen sein. Ja, außer Database. Eine Sache habe ich noch bei Database vergessen. Und das wäre dieses Fenster, das Advanced Settings Fenster. Dort kann man tatsächlich endlich die Auflösung ändern. Ich bin sehr, sehr stolz. Und das ist wirklich sehr schön. Und man kann hier die Schriftart aussuchen. Einmal die Main-Schriftart, also die Hauptschriftart. Einmal die Schriftart für die Nummern, also für die Zahlen. Und einmal eine Fallback-Font, falls es irgendwelche Probleme gibt, denke ich mal. Falls irgendein Schriftzeichen einfach nicht vorhanden ist, dann wird es... Oder irgendwelche anderen Fehler auftreten, dann wird er wahrscheinlich dann diese Schriftart verwenden an dieser Stelle. Und das ist eigentlich schon mal ziemlich gut, alles, finde ich. Wie gesagt, man kann hier alles einstellen, die ganze Auflösung etc. Wie ich es eigentlich gewollt habe, ohne Plugin, ohne alles. Warum nicht von Anfang an? Warum nicht schon im MV? Spätestens im MV hätte das schon von Anfang an drin sein müssen. Im MV ist es von Anfang an drin. Und das finde ich schon mal gut. Endlich sind sie im Jahr, keine Ahnung, 2005 angekommen, wo man das kann. Und finde ich in Ordnung. Kann man machen. Weil es muss nicht immer alles komplett auf Retro getrimmt sein. Ich finde es schon mal gut, wenn die Spiele wenigstens 720p anbieten. Also HD-Auflösung muss ja nicht 1080p sein. Aber 720p sollte schon drin sein heutzutage, denke ich mal, für so ein RPG-Maker-Spiel. Bei den Animationen setzen sie auf Effects hier. Ich habe keine Ahnung, wie das richtig ausgesprochen wird. Das ist ein externes Tool. Das könnt ihr auch gut und gerne jetzt runterladen. Und das ist komplett for free. Es ist Open Source Software. Version 1.5 ist, denke ich mal, die relativ neue Version. Also hier haben wir 1.5.2. Ist die neueste. Und ich denke mal, da sind wir mit 1.5 auf jeden Fall sehr gut dabei. Und können auf jeden Fall hier ein paar Partikeleffekte machen. Problem an der Sache ist, wir werden diese externe Software auch brauchen. Weil wir hier dann die Effekte nicht mehr, die Animation können wir hier nicht mehr selber erstellen. Das Ganze sind dann quasi Partikeleffekte, die wir mit dieser Software hier extern erstellen. Und nicht mehr intern. Im RPG-Maker. Im RPG-Maker werden dann diese Effekte, diese Partikeleffekte einfach nur noch kombiniert zu einer Animation im Animationsbildschirm. Den hatte ich auch hier in dem Video schon mal gezeigt, den Animationsbildschirm. Den kennt ihr auch bereits aus dem Trailer. Und ja, ist natürlich ein bisschen fragwürdig, das Ganze jetzt in ein externes Tool auszulagern. Aber es scheint auf jeden Fall ein Tool zu sein, was sich ein bisschen durchgesetzt hat. Es ist scheinbar vor allem in Japan relativ beliebt. Und Support, oder nein, Support war nicht richtig. Documentation wäre es vielleicht gewesen. Und bei der Documentation seht ihr auch auf jeden Fall... Oder wo war das? Ach, ich finde es gerade nicht auf die Schnelle. Use Cases. War es Use Cases? Ja, Use Cases wahrscheinlich. Warum lädt ihr denn gerade so lange? So, genau. Hier seht ihr ein paar Beispiele. Alles japanische Spiele scheint sich vor allem in Japan gut durchgesetzt zu haben, dieses Tool. Und scheint dort sehr beliebt zu sein. Und der RPG Maker MV ist ja... Beziehungsweise MZ in dem Fall. Der RPG Maker im Allgemeinen ist ja aus dem... Aus Japan und auch dort sehr beliebt. Und wie ihr seht, solche ähnlichen Partikeleffekte kann man dann machen mit dem Tool. Ja, also wer schon mal solche Tools gesehen hat, zum Partikeleffekte machen, der weiß im Grunde, was auf einen zukommt. Und hier könnt ihr auch ein paar Samples angucken, wie das Ganze dann aussieht, wenn ihr euch da ein bisschen reingefuchst habt, was ihr damit machen könnt. Und ich sag's mal so, ich verstehe, warum sie jetzt auf ein externes Tool setzen, weil einfach sie selber hätten das niemals so gut hinbekommen. Das so gut zu programmieren, muss man einfach mal zugeben. Und warum etwas selbst programmieren, wenn es jemand anderes schon besser gemacht hat, verstehe ich natürlich durchaus. Und am Ende hätten sich sowieso alle beschwert, wenn sie versucht hätten, da selber irgendein Tool für Partikeleffekte zu basteln. Ich denke mal, es ist eigentlich eine ziemlich gute Option. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Es ist, ja, ich verstehe natürlich das Problem an der Sache, dass man wieder ein neues externes Tool braucht. Aber man muss halt auch sagen, wie gesagt, einfach, es ist manchmal wirklich besser, wenn man ein gutes externes Tool hat, als ein schlechtes internes. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass sie das so gewählt haben. Genau. Und dann sucht man halt, wie gesagt, hier bei Partikeleffekt, sucht man sich dann den Partikeleffekt aus und platziert den dann auf dem Bildschirm und kann mehrere Partikeleffekte dann einfach auf dem Bildschirm platzieren, denke ich mal. Oder zumindest einen auf jeden Fall kann man auf jeden Fall platzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob man auch mehrere platzieren kann, aber einen kann man auf jeden Fall platzieren. Und wie gesagt, das Ganze funktioniert hier über Efexia Version 1.5. Gut, genau kann ich euch das jetzt noch nicht zeigen, aber ich denke mal, also wie es dann genau funktioniert. Ich denke mal, aber im Großen und Ganzen wird das jeder verstanden haben, wie es grob funktioniert. Und vielleicht sieht man im nächsten Trailer, der dann wahrscheinlich am Donnerstag kommt, dann die weiteren, also wie das Ganze dann richtig aussieht in Aktion. So, kommen wir zum nächsten Thema nach den Animationen. Kommen wir zum Kampfsystem. Okay, nochmal zurück, dort kann man wie gesagt aussuchen, ob Frontview oder Sideview und aussuchen, ob Turnbased oder Timeprogress, wie ich bereits sagte. In der Database habe ich das vorhin gesagt. Und wie ihr sehen könnt, ist das jetzt das Sideview-Battlesystem. Man sieht hier unten die Facesets und hat auf jeden Fall hier oben auch einen Button zum Zurückgehen. Das hatten wir hier im Video auch schon mal bei dem Spiel im Allgemeinen, dass jetzt wahrscheinlich alle Buttons, die man, also alles was auf Escape gelegt ist, wie Menü öffnen oder zurückgehen, jetzt als Button rechts angezeigt wird. Ist eigentlich ziemlich praktisch für Maussteuerung oder für Touchscreen vor allem. Ähm, wie gesagt, man sieht hier jetzt das Sideview-Battlesystem mit dem lilanen Balken hier für die, äh, für das Active-Time-System. Und wenn die voll sind, kann man halt angreifen. Zum Beispiel hier Michelle, die darf jetzt angreifen oder ein Item wählen oder irgendein Skill wählen etc. pp. Und wenn das Ganze auf Warten gestellt ist, werden dann die anderen Charakter, da wird sich die Leiste nicht weiter füllen, während man hier auswählt und wenn das nicht auf Warten gestellt ist, sondern auf Active, wird es dann einfach weiterlaufen, wie man es aus Final Fantasy halt kennt. Oder aus Chrono Träger etc., die ganzen alten Spiele halt. So, ja, nichts Besonderes. Es ist halt alles auf Maus ein bisschen ausgelegt. Steht auch hier, Maus-Control. Warum jetzt hier der Übersetzer ausklingt bei den zwei Sachen, weiß ich nicht. Hier unten ist es dann wieder auf Deutsch übersetzt. Komisch. Egal. So, zum Schluss kommt noch auf jeden Fall das MMMM. Zum Schluss kommt noch hier, hier, hier der Charaktereditor. Und ja, hat man schon durchgekaut im Video, machen wir jetzt auch nicht nochmal. Hat sich dann eigentlich soweit geklärt alles. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen noch. Aber es kommen noch ein paar Kommentare aus diesem Video hier, auf die ich noch eingehen wollen würde. Ich muss nochmal kurz rausgucken. Ich muss mal kurz noch rausklicken. Ja, genau. Die Textvorschläge hier bei... So, gleich sieht man es. Da. Hier haben die Textvorschläge sind... Habe ich mich geirrt gehabt. Gehört nicht zum RPG Maker, sondern ist bei japanischen Tastaturen, also wenn man japanisch schreibt, scheinbar Standard. Und wird in der deutschen Version dann dementsprechend nicht drin sein. Beziehungsweise in der englischen dann auch nicht. Das ist einfach etwas, was in Japan halt üblich ist. Dann ist mir auch nicht aufgefallen, da hatte mich... Hier, er hier drauf hingewiesen. Textfelder, Extrafeld, wahrscheinlich Namenbox. Hier, diese Namenbox ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Kann man hier den Namen eintragen, wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwo sehen kann in irgendwelchen Dialogen. Hier waren ja noch Dialoge irgendwo. Aber weiß ich jetzt nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Finde ich wahrscheinlich sowieso nicht die Stelle. Ist halt so, wie es ist. Spielt auch gar keine Rolle. Nein, das war nicht ganz die richtige Stelle. Wie gesagt, spielt keine Rolle für uns. Finde ich jetzt auf die Schnelle sowieso nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Dialog gewesen. Aber es wurde ja kein Name eingegeben. Gut, hat sich die Sache... Aber wahrscheinlich ist es die Namenbox, wie gesagt wurde. Hier hat sich aber auch Aotaru geirrt an zwei Stellen. Einmal meinte Aotaru, dass man hier das Gras nicht aufs Wasser setzen kann. Und das stimmt einfach nicht. Im RPG Maker MV geht das natürlich auch. Kann man... Ja, Änderungen an Datenbank verwerfen, können wir machen. Kann man einfach, zack, Wasser. Und dann kann ich einfach das Gras draufsetzen. Das ging im MV bereits. Also ich weiß nicht, warum das nicht gehen sollte. Aber ich glaube nicht mal, dass das hier wirklich das Gras ist. Sondern ich glaube, das wird einfach hier oben diese Buschtextur sein. Die ja sogar zum Wasser gehört. Wie man sieht, schließt sich das ja mit dem Wasser zusammen. Sieht halt hier alles ein bisschen anders aus. Aber ich denke mal, das wird eher das hier sein. Hier. Und das geht natürlich. Und lasst euch da nicht verwirren. Das ging schon im MV. Das Mapping im MV ist nicht perfekt ohne Layer. Aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht, wie das hier dargestellt wird. Und... Der Animationsbildschirm... Positionsabfrage und Skalierung ist im MV möglich. Das sagte auch hier irgendjemand anderes bereits. Ja, genau. Und hier Doppelklick auf eine Grafik machen. Und dann kann man das auch im MV ändern. Wusste ich tatsächlich nicht. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Müsste aber gehen. Wusste ich tatsächlich nicht, dass das geht. Und... Tatsächlich. Und hier kann man dann per Doppelklick dann auch alles ändern. Wusste ich tatsächlich nicht. Habe ich mich... Habe ich mich geirrt. Gebe ich auch ganz offen zu. Haben beide mich gut drauf hingewiesen. Hier einmal... Äh... Äh... Hat mich darauf hingewiesen, dass man das mit Doppelklick ändern kann. Ist ein bisschen... Versteckter. Wusste ich tatsächlich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe lange keine Animation mehr erstellt. Weil ich... Das für mich jetzt für meine Spiele nicht brauche. Und... Dementsprechend habe ich das tatsächlich nicht gewusst. Gebe ich offen zu. Jeder Mensch macht Fehler. Da habe ich tatsächlich mal einen Fehler gemacht. Und... Das ist auch nicht schlimm. Ähm... Ich habe es nochmal neu erklärt. Und... Das ist definitiv nicht neu im RPG Maker MZ. Also... Skalieren kann man auf jeden Fall auch im... MV. Gut. Haben wir das alles geklärt. Und... Dann war es das eigentlich. Und... Ihr könnt euch die Screenshots, wie gesagt, selber nochmal angucken. Diese sind dann in der Videobeschreibung. Tschüssi. Und... Ihr könnt ja mal... Dann nochmal reinschreiben in die Kommentare, was ihr jetzt von den ganzen Änderungen haltet. Was ihr am besten findet. Was... Was ihr ein bisschen schade findet. Was vielleicht fehlt. Aber... Ich sage euch gleich. Hier auf den Screenshots sind nicht alle Änderungen. drauf. Zum Beispiel... Ähm... Mit dem... Wo haben wir es? Tuttuttuttutt. Ach, Mensch. So. Hier mit diesem Name-Eingabe-Feld. Das haben wir zum Beispiel auch nicht auf den Screenshots mit drauf. Als Beispiel. Und... Wenn das nicht drauf ist, werden vielleicht auch viele andere Sachen nicht drauf sein. Also ich würde... Mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Und sagen, dass das hier alle Änderungen sind. Weil es halt auch einfach nicht so ist. Wir haben es ja gerade im Grunde selbst festgestellt. Geht davon aus, dass vielleicht nochmal 1, 2 neue Änderungen dazukommen, also andere Änderungen, die vielleicht noch nicht bekannt sind, aber im Großen und Ganzen wird es das tatsächlich gewesen sein. Wie gesagt, ich sage an der Stelle mal Tschüsseli und ich hoffe, ihr habt die Informationen aus dem Video hier ziehen können, die ihr gebraucht habt. Einiges hat sich nicht verändert, außer dass die Grafiken ausgetauscht wurden, wie bei den Icons und manche andere Sachen haben sich komplett verändert, wie der Animationsbildschirm, wo es das Ganze jetzt über Effects hier funktioniert. Und ansonsten, ja, das Battlesystem kann man jetzt ein bisschen kombinieren zwischen Term-Based, Time-Progress und Front- und Side-View, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und so weiter und so fort, ihr wisst ja genau, was ihr gerade gesehen habt im Grunde. Und naja, das war's. Tschüsseli und bis zum nächsten Mal. Ich denke mal am Donnerstag gibt es dann die neuen Informationen vom MZ offiziell. Und dann werden wir mal abgleichen, was bereits bekannt ist und was nicht. Ich denke mal, mittlerweile habe ich alles durchgekaut mit euch und da wird nicht mehr groß was dazukommen. Aber wir gucken uns das Donnerstag trotzdem nochmal an. Und dann bis Donnerstag. Tschüsseli. 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 Tschüsseli.